Jojojo Gang, was geht? Jonas hier am Start für euch und heute sind wir mal auf Gute Frage gegangen und haben uns angeguckt, was die Leute denn so zu unserem Channel fragen. 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 In a nutshell, ist glaube ich der englische Kanal, die sind unendlich stark. Also die Animationen sind einfach, also ich glaube es gibt keine Kanäle, die besser aussehen als kurz gesagt. Ja, das sind so Ähnlichkeiten im deutschen Bereich und im englischen Bereich gibt es natürlich viele. Also Essay-Kanäle gibt es reichlich, da gibt es vor allem welche, die sich mit Filmen und Serien beschäftigen. Da ist natürlich der Nerdwriter ein klassisches Beispiel, Captain Christian ist richtig, richtig geil, der ist jetzt wieder aktiv. Every Frame a Painting macht leider keine Videos mehr, aber das sind so die Essay-Götter, also die ersten Leute, oder vielleicht nicht die ersten, aber die Leute, die dieses Essay-Genre so groß gemacht haben, in dem wir ja auch so ein bisschen existieren. Politische Videos gibt es auch von Vox, das ist natürlich eine große Inspiration, darüber haben wir ja schon mal geredet. Wahnsinnig starker Kanal, also es ist ein bisschen newslastiger, also da wird in einem großen Team, das sind glaube ich 30, 40 Leute oder so, auf aktuelle Themen reagiert. Editing ist auch immer wahnsinnig, wahnsinnig gut. Gut, genau, und da interessiert einen wahrscheinlich dann nicht jedes Video, weil es relativ viel Content ist, da kommt jeden Tag ein Video fast, glaube ich, oder jeden zweiten, aber die sind natürlich auch ganz, ganz, ganz oben mit dabei so. Ja, das sind so die bekanntesten Essay-Slash-Politik-Kanäle. So, CGP Grey ist natürlich auch wahnsinnig geil, das ist ein bisschen ein anderer Stil. Ja, also die List goes on, aber wenn ihr euch da durchklickt, findet ihr wahrscheinlich noch weitere. So, dann geht es darum, welches Videoschneideprogramm wir benutzen. Ja, wir benutzen Premiere und After Effects, wir sollten es doch einfach mal in unsere Beschreibung packen. Also, so viele Leute fragen uns das und, naja, zum einen muss ich sagen, sowas kann man wahrscheinlich auch googeln. Also, wie macht man Motion, also so, naja. Aber gut, dafür ist vielleicht auch gute Frage da. Also, Premiere und After Effects von Adobe und ganz selten auch Cinema 4D, das ist so 3D-Software. Ja, genau, ja, that's it. So, tolle Fragen auch hier auf gute Frage, spannendes Video, das ist wieder so ein Video, oh, ein 2BG. Deswegen kommen die so selten, die sind einfach schwer, das ist anstrengend, diese Videos zu machen, das ist wirklich wahnsinnig viel Vorbereitung. Oh, und dann auch so viel Recherche dahinter, boah, ist schon schwer. So, dann fragt jemand zu Dein Beichtstuhl. Wie ist eure Meinung zu Dein Beichtstuhl und der ganzen Sache allgemein, die so auf YouTube abging mit Simplicissimus? Ähm, ja, war nicht so nice, war nicht geil, also war nicht heftig, muss man sagen. War unschön, also war natürlich krass, die ganze Aufmerksamkeit und der ganze Support war natürlich chillig so. Im Ende ist es ja auch alles am Ende gut gelaufen, aber es war wahnsinnig stressig in der Situation. Es war so ein kranker Stress, also, boah, unschön. Unschönes Kapitel unserer YouTube-Historie. Na, nochmal die letzte Frage, YouTube-Kanäle, die Politik thematisieren. Denn, naja, also, darüber haben wir gerade schon geredet. Damit sind wir am Ende aller Fragen angekommen, toll. Also, auf gute Frage gibt es wirklich reichlich Fragen zu uns. Mein Gott, ey, da wird aber wirklich viel über uns geredet. Toll, tolles Video. Das ist es tatsächlich schon, ähm, auf gute Frage gibt es leider nicht mehr. Tolles Video, wie gesagt, vielleicht machen wir dann in fünf Jahren nochmal so eins, wenn sich da mehr angesammelt hat. Und es gute Frage dann noch gibt. Äh, wenn ihr uns Fragen, fragen wollt, macht es doch einfach hier in den Kommentaren oder, ähm, auf Twitter oder bei Insta. Bei Insta, Culture Culture Clow. Bei, äh, Twitter, at Simply YT YouTube. Ähm, da sind wir auf jeden Fall aktiv und da antworten wir auf die meisten Nachrichten. Ähm, natürlich nicht auf alles. Also, es gibt auch Nachrichten, ähm, die sind uns zu blöd. Aber, aber, aber auf vieles antworten wir und auf das meiste antworten wir und, äh, versuchen halt auf alles einzugehen. Wieder ein ganz tolles Video hier bei 2BG. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ähm, jetzt wisst ihr, mit welchem Programm wir schneiden und welche YouTube-Kanäle man sich außerhalb von uns noch angucken kann. Äh, wir verlinken auch ein paar in der Beschreibung. Ja, äh, ansonsten habt einen richtig nicen, entspannten, geilen Abend. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht und feiert gut. Ich kann's stop myself from fallin', down. Und ich kann's stop myself from fallin', down. Tonight is cold in the kingdom, I hear your steps round me, yeah. Steps round me, yeah.